Marielle, what of me? Fabius, jetzt komm schon. Du weißt, dass ich nicht so schnell schwimmen kann. Da ist es. Ist es nicht wundervoll? Ja, sicher. Es ist... Aber komm, gehen wir jetzt wieder. Oh, du wirst doch nicht kalte Flossen kriegen, oder? Fähig? Warum denn? Es ist nur... Es schaut so feucht aus da drin. Ja, und ich glaube, ich hab ein bisschen Fieber. Ja, ich muss da und husten. Schon gut. Ich will jetzt da rein. Bleib du ruhig hier und schrei, wenn du Haie siehst. Okay. Ja, ist gut. Ich pass auf.